hallo und herzlich willkommen und der dreck jetzt auf oder zu die sims 4 ich habe hier nulli hoch cd mehr sitzen der will unbedingt mal aufnehmen das ist jetzt die folge wo er versucht zu schnallen und checken wie die scheiße genau läuft und in der zweiten folge ist er in der zweiten folge ist er dran er darf jetzt ich werde jetzt auch mein charakter erstellen in der zweiten folge darf er dann bescheuert das kommt in der ersten folge ich werde eigentlich schon so weit recht krummeln eine folge davon wird zwischen 20 und 40 minuten gehen und die folge so diese folge jetzt kann auch stell sein dass man schnell stunden folgen werden keine ahnung ist dann maximal wenn überhaupt zehn folgen werden freut euch ungefähr eine stunde ausfliegen also er kriegt zu sagen er gibt mir den ganzen tag hier ein zinsbettel er wird von er wird am donnerstag also den heutigen tag wird er bis 21 uhr im 30 minuten takt der folge raus schmeißen das ist eine einmalige geschichte mit sims bei ihm weil ich fange ab sims 4 mit 10 Uhr gehört er fange ich mit sims 4 nächste woche donnerstag immer um 12 Uhr schmeißen wir eine folge raus in welchen folgen weil wir lustig sind weil wir haben sondag am random komplett blendet aus der armstabend von farcry 3 warum krieg da ich die sende gar nicht so arsch da wird das ist nur zufall wenn man gerade wenn man lust hat dass ich daraus nicht glaube ich kann aber einige auf platte aufnehmen für dich und dann halbzutaten jetzt kommt aber noch der größte weiter ich hoffe dass er nicht gerade also viel scheiße baut beziehungsweise wie hältst du bei noch mal denn die nennen wir dich denn hier mal einfach nein 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 hbc king fällt jetzt das ist besser sein hdc ist geschützt hbc aber nicht b und c es mir doch scheißegal werden wir dann im intro servieren dann heißen wir doch gut ich habe jetzt keine nachgabe so ok dann werden wir mal starten mit dem spiel viel spaß wartet mal kurz es gibt noch sehr viele weitere erweiterungen wir haben leider gottes nur großartig leben und waren hier bisher wir haben ihn noch nicht auf die reihe gekriegt ich glaube das reicht so anfangen wir mal an ja du darfst dich gleich selber so dann muss man erst mal gucken was machen wir denn hier von scheiß hier kann ich doch doch oder vermögen nein das ist dann personen bloß man aber konnte ich das nie ich muss mal ganz kurz gucken ich muss mal gucken was wie das geht ich wollte nämlich bestimmten haben aber irgendwie das geht ich bin gerade aber das ist bei uns ja dann kann gebe und brauche dass das natura nein und ich kann mal kurz bei denen ich konnte ich da jetzt nicht so warte mal wenn jetzt mal einer wüsste wie das geht ich habe überhaupt ich habe keine ahnung was haben wir denn hier einsehen dass ich an das nicht nein ich wollte es nicht ja genau hier ist es ja ich habe weiß ich habe einmal hier Marge, Blatt, Fuß. Die Eier nicht wieder. Egal. Das passt auch immer, ne? Hilfe! Sue, na! Oh ne, der Spruchtel. Aha! Da gibt's viel Einsicht, also warte, okay? Das wirst du dann schnell schalten. Du glaubst, dann sind's ja gleich sehr okay, wenn du das auch trinkst. Okay? Ah! Ah! Oh! Nein! Oh, ich hab dich da geschehen. Nein! 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 Das ist Wahnsinn. das ist ja das ist meine jetzt die ich einrichte jetzt geht es da los du hast hier so viele unendliche möglichkeiten am besten wir machen lassen folge noch mal erst einmal die erschaffung von meinen danach ist entweder mit der wie dran und dann jetzt weiß ich nach der schaffte anfangs auf die beiden oder den hälften vor doch auch immer die das ist standort So, dann nehmen wir mal Ur-Einschmuckel. Mensch, was soll denn der Scheiß jetzt? Hm, Alien. E-E-Alien. So, okay. Das? Ne? So, äh, Käppi, äh. Ne, du hast mir da später. Hehehehe. Alter, ne, wir haben so viele Auswahl, man. Das ist so scheidig, ja. Das Spiel ist so riesig. Gott. So, aber der Haare, die sind mir dann nicht ganz komisch. Ja, ne, 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 ne. Die sind nur Hauttorten, und eigene Luister. Das meine ich jetzt gerade nicht rein. Nix, nix mit schwarz-rot. Ja, ne, 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 ne. Ja, das ist so viel fertig ist genau. Auch schon wie die Hinsen eigentlich. Ja, ne, ne, ne. Ja. Ja. Ja, ja. Ich glaube, die Hinsen eigentlich. so jetzt ist aber nur noch diese frage mit ein paar rücker hier so dann habe ich aber jetzt noch der hier ist es gar nicht egal aber drauf ja der verlaut der hebe so ein pudel wie du wein kriegst ist mir wirklich lade wenn du ihn zu billig machst ist mir relativ lade Das war's. So? Ja, kommen wir mal hier. Alter Leute, ihr habt so viel Mutti vergeben. Da noch. Schön's? Mhmmm. Das ist doch echt das. So. Jetzt müssen wir nur noch um die Klamotten nehmen. Um die Klamotten, bei den normalen. Dann nehmen wir das. Ja, ja. Komm, wir nennen das. So, dann gehen wir noch auf die Hose. Dann haben wir noch auf die Hose. So, komm, 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 komm. Ich höre mich nicht so. Ja, ich... Oh, ho, 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 hänglich! Oh, ho, 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 hänglich! Danke! Das ist jetzt auch. Da ist dann noch eine Hose, das ist auch so. Boah, guck. Nein! Da bist du der total bekloppt. Kann's gut also tun. Ich nehme das. So, dann gehen wir hier noch zu den Aas. Mach den noch eine ordentliche Klamotten. Dramorier, Lamono, Lamgo, Lambo, Lamgo Lamp- hammer. So, dann gehen wir hier gleich auf das mal. Das ist ja Merkel. Ach ja, stimmt, das gab ja auch noch pitches, Oh, ne! Oh, fuck,ражoute, ich höre das gleich nochmal. Ich spiele jetzt ausser Eichzeit-Tate. Jetzt arbeiten, eigenarbeigte die 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 ich weiß das ist sehr umfangreich das Spiel, ich beeile mich um dich na gib mir jetzt auf den Müssen oh ne, wer nervt du mich jetzt? ach doch Philipp, der alte Schwanzlotscher Leute, die wollen dich mal komplett verarschen, du hast noch hübschen du kannst dort zwischen drei Jahren, wo das so schwer das Auto krass, ja und die Blumen, wo die Ruhe war, ja die ist schon da, wo mit der Unterkörper von der Leiche hat die noch hingestellt, einfach blumschaut irgendwann in der nächsten Zeit gekommen dann haben wir die Geraden und dann ganz klar und dann schauen wir doch mal an und dann haben wir das Auto mal gemacht und dann haben wir das Auto mal gemacht ja, das kann ich schon lassen, aber gut alles klar nein, du Rattenpimmelkopf es ist anders, ich hab das Problem, dass ich da so in den Teilraum runterladen kann aber warte, 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 warte ähm, warte, warte okay, dann würde ich jetzt mal sagen wow, ich bin unter meiner Seite dann beende ich jetzt mal hier die Folge und übergebe das Video an den CC eh C B D H B D Zeno Seno Seno H B D keine Ahnung ach Merkt euch als Gloobürstern gar nicht Ich hab jetzt grad keinen Bock mehr Alles klar, vielen Dank für das Zuschauen Äh, Zuschauen Ciao